so hallo und herzlich willkommen so fortsetzen ich bin das gleich an der stelle wo man nennt ist wieder auf das fressbrett bekommt ich habe jetzt nur eine kleine waffe die mir jetzt aber nichts mehr bringt ich hatte so ein fettes mg mit aufgrund egal jetzt geht es erstmal hier wieder abwärts halte ich fest los perfekt ja ich habe gesagt ich spiele das noch mal ich habe jetzt gleich im anschluss noch mal gemacht der schwule typ da noch und harper und da ist eine waffe die jetzt mir gehört dann krieg ich erstmal sein anhänger ab rutschen ihn ab und in your fucking face come on lass mich entscheiden opfert mich f für schießen von menendez bye bye knall ihn ab ich hab dich bruder hat mir schon sorgen gemacht man ich dachte schon du lässt den bastard einem leben keine panik ich doch nicht hier drüben später die stelle im bein weil sie jetzt schon wieder selbst rausgezogen da ist mir denn das geschichte das ende gefällt mir bis jetzt besser das war's ich bedanke mich fürs zusehen und so zurück zurück und ja jetzt habe ich mir das auch noch mal erschossen für euch extra und ja ich bedanke mich fürs zusehen und sage auf wiedersehen schüttel und viel spaß noch bei meinen anderen displays oder bei anderen youtuber wenn ihr dann vorbeischaut und ja tschüss das jetzt ganz sicher das letzte mal dass ich jetzt in diesem display tschüss sagt also war ich ja schon zehnmal tschüss sagt und dann immer wieder und egal tschüss so 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 so